Wie denn? Ganz normal. Bogen kannst du aber verzaubern. Danny, was hast du noch mal letztes Mal gemacht? Beim letzten Projekt? Hagrid's Hütte. Ach stimmt, Digga. Da hast du auch übertrieben Stress bei der kleinen Pimmelhütte. Oh, das war richtig anstrengend. Ich habe vier Stunden dafür gebraucht. Oh, ich bin Level 21 auch. Mach wieder Meter. Mhm. Plex, danke für deinen Zapp, Bro. Haben wir diese? Ja. Bega, wisst ihr, was ich nicht checke? Wie es sein kann, dass ich einmal in meinem Leben verfickt nochmal trainiere und seit einer Woche einen verfickten Muskelkarte habe. Das ist eigentlich, das geht nicht. Oder seit drei, vier Tagen. Das, das, das ist respektlos. Normalerweise ist es doch so ein, zwei Tage, Digga. Chat, wisst ihr, was geil ist? ESN schickt mir so ein Riesenpaket. So weit? Ich hatte sogar ernst, äh, so ne, also, so ne Anfrage von, äh, ESN. Aber, äh, keine Ahnung, ich finde, ich bin noch nicht in der Lage, dass ich das machen sollte. Checkt ihr, wie ich meine? Ich finde, es haben andere Leute viel mehr verdient, die das auch durchziehen und so. Also, die ist denn, was heißt durchziehen, sondern im Sinne von, die viel, viel weiter sind. Ja, bei denen es halt authentischer ist, so, ne? Ich, äh, ich zeige auch nicht irgendwie, ich habe jetzt mit Willi ein Video gemacht, wie ich trainiere, aber ich glaube, ich würde das nicht in der Öffentlichkeit zeigen, wie ich trainiere oder sowas. Ich weiß nicht. Bin ich, bin ich, bin ich, weiß ich noch nicht, ob ich das machen sollte. Bist du eigentlich schon bei Game of Thrones? Ne, schon lange nicht mehr. War eigentlich ganz cool, aber es war so, war halt dann doch nicht so meins. Ein Ader und, äh, ja, ein Ader, Jello, der auch viel mit Sport zu tun hat, bei dem macht es ja Sinn. Aber die haben coole Sachen. Ich sage euch ehrlich, deren Riege, die sind crazy. Ich habe jetzt gesagt, die sollen mir so, die sollen mir ein Paket schicken. Auf Ehre. Edis auch? Ja, bei Edis macht es auch Sinn. Hier ist ein cool, aber viele auch viel zackt. Oder das Problem ist bei, also, ne, ich will gar nicht drüber reden. Backchasen, sagt ihr? So viel mitnehmen, wie es geht, sagt ihr, Chad? Weiß nicht. Ich könnte eigentlich noch viel mehr Backchasen. Könnte so viele Sachen annehmen. Ich weiß nicht. Nicht so mein Jam. Okay, hier kommen die Sachen rein. Da, 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 da. Stark. Jetzt brauche ich noch diese Dings. Abo ist nicht mehr bei ZEK+. B. Viele Bitcoins hast du? Das sage ich nicht. B. Car. 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 Ah! Rene rühe. Arresten mit der Onnend. Hülle Finge. Ah! 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 Ich mach das schon gut, Chat, aber ich hab Angst, dass ich zu sehr rushe und dass ich dann, dass ich zu wenig esse. Wisst ihr, wie ich meine? Jopp, jopp. Num, nein, heißt der Song oben links. Ohne, oder? Ohne, ohne. Ich will Fantasie sehen zwischen Panda. Okay, warte, komm mit. Ja. Was möchtest du mit? Fantasie. Ja, und jetzt kommt wieder der perverse Rojo, ne, in die Rojo. Aber mach's ja nie. Alles Wasser? Ich lege jetzt die Förtchen im Bett. Hä, was? Ah, je, je. Okay, ich hab's. Rojo, sei mal ehrlich, hast du dich gerade ein bisschen selber exposed? Was warst du exposed? Du wolltest doch Fantasie zwischen Pandan haben. Ja, ich guck grad zu, die machen Fantasie. Ja, und dann, wenn du wieder deine Tweets ablässt, von wegen du bist horny und sowas. Bruder, schwör auf alles, ich war das. Ja, Bruder, ich bin nicht diejenige Person, die... Ja, Wallabilla, ich war's nicht, Digga. Er klaut mein Handy, Tüte und irgendwas. Ich bin gerade nicht die Person, die sich auf einem Panda einen richtig, richtig miesen macht. Du Slava, Digga, der Typ ist so crazy, ne? Ernst. Bin ich's oder du? Du! Schere, danke. Okay. Ja, ich bin's. Ich will den, wie die Liebe machen. Ekelhafter. Das sind auch nur Tiere. Fantasie, ich will meinen Braunen haben. Ja, Ekelhafter. Ich will keine Weißen. Ekelhaft. Ja, wirklich. Schwein. Schauen noch jüngere Leute zu. Das ist verrückt. Ja, und dann... Ja, schauen jüngere Leute zu. Er nimmt mein Handy und tweetet, Digga. Ich bin so horny, oh mein Gott. Und jetzt will er sich wieder aus der Schussbahn bringen. Mod könnt ihr's klippen. Der ekelhafte, ey. Verrückter Typ, Digga, ja? Schwein. Oh, kommst nicht davon, fett viel. Ja, danke, so ein Schwein. Stell dir vor, ich hab einen jüngeren Bruder und was schaut der im Rohr hat. Ekelhaft. Ja, los. Okay, ähm... Tut mir leid an alle jüngeren Zuschauer. Oh shit. Schwein. Äh, ob ich ausgesorgt habe? Ne. Aber ich sage... Ja, ich sag so mit... Ja, mit 23 sage ich. Oder 24. So 25. Spätestens sage ich. Oder warte mal, wir haben jetzt halbwegen. Ja, 25. 25. Ihr müsst wissen, Chat. Ich hab das letzte... Ich hab das übers letzte... Alles, was ich 2021, 2022 verdient habe, fast alles... Hab ich wirklich... Also hat meine Steuern bezahlt... Und fast alles nur in Krypto gemacht. Weil ich halt nicht so dumm bin und das auf der Bank liegen lasse. Wer es auf der Bank lässt, by the way, lost. Ähm... Und das ist jetzt einfach... So mal zwei, mal drei fast. Und ich hab richtig wenig ausgegeben. Außer halt für meine Fam. So, ich brauch jetzt dieses... Oh Gott. Ich geh einfach... Ich brauch jetzt noch ein bisschen... Ja, und ein bisschen Balenciaga. Aber das war dieses Jahr. Ne, 2021, 2021... Ja, letztes, vorletztes... Vorvorletztes und letztes... Oder vorletztes... Vorletztes. Okay, wie mach ich das mit den Dias-Chat? Mach ich die einfach so, hier so rein? Mäßig? Oh, scheiße. Schon zu viel. Mike? Ja. Mit der Ort. Mit der Ort. Im Moment... Ich versuch mich... Jese nicht so. Sie sind so. Ich versuch. Ich versuch. Kann ich so eine Dia-Quelle hier hin machen, mäßig? Was sagt ihr? Hier Redstone. Wo ist Redstone? Ich habe noch Eisen. Stark. I'll let you down. Netherite? Na, das macht keinen Sinn, glaube ich. Das macht keinen Sinn, glaube ich. Denny out? Denny out. Ach, Digga, Ether. Hast du irgendeinen? Ich habe keine Ideen. Mach schwarzes Glas perfekt, mein Bruder. Danke, dass du hier bist. Ich liebe dich. Nee, wieso? Ich glaube, das ist gut. Ein N und ein W. Ich glaube, das ist gut. Nope. Eine 37 kommt rein. Kein N und kein W. Ich glaube, ich habe eine Frage. Ich bin jetzt ganz wichtig. Mh. Das ist gut. Ich habe nichts... Ich gebe dir, was ich da. Ich habe nichts. Ich habe nichts. Ich bin jetzt noch. Ich bin jetzt noch. Ich bin jetzt noch ein bisschen. Ich habe nichts mehr. Ich bin jetzt noch ein bisschen. Das ist noch ein bisschen. Ich bin jetzt. Da kann ich mich. oder soll ich hier eine 37 reinmachen an den wänden ich muss das anders machen ich will eigentlich oben aufs dach eine 37 machen ich mache es gleich selber danke ein monster und das monster t-shirt ist das trikot also zombie bitte mein bruder bitte bitte verlass mich hat was machst du gerade deine höhle ich habe gar keine idee was ich mache richtig ideenlos ich mache alles weg ich mache eine 37 w's in the shot w's in the shot ich muss kochen jetzt gegen modus aktivieren ach digger das ist voll dumm dass ich das so gebaut habe ich hätte das mit halben bauen sollen oder es wird nichts entspannt euch wäre besser lang ist gut das ding ist ich habe nicht mal die vorstellung gerade wie ich eine 37 mache ich bin so ein ich mache jetzt alles voll was brauchst du diese ecke wie es so ist in der cave sind wir die zwei letzten hier diese auch weiß ich gar nicht roger hat vorschläge was ich mir zum essen bestellen cookies hab schon geschockt bruder wirst du nur cookies bestellen ich schwöre macadamien sind crazy jetzt ohne zu übertreiben jaja natürlich crazy kekse okay jetzt mache ich hier draußen eine 3 aber wie groß mache ich die 3 das sieht gar nicht so schlecht aus bis auf hier oben und die rechte ecke hier die erst müssen weg wo sind denn die immer diese blöcke die ich abbaue die fallen immer runter urspucho was sagt ihr chat was sagt ihr chat lasst meine fantasie freien lauf chat spannt euch super schwarzes glas drauf hätte gemacht dass man die 3 37 von außen sieht hä was sieht man denn sonst von außen achso von innen das heißt dass du das voll machen würdest dass hier die 3 ist eigentlich würde ich mir extra das hier die 3 was haltet ihr davon soll soll die 37 so sein oder soll die 37 so sein oder soll die also checkt ihr was ich meine ich glaube ihr checkt nicht was ich meine seht ihr was hast du grad gesagt dicker oder ich hab so lecks digger weil das mein kopf so fickt das glaubst du gar nicht geht doch klar headshot die ecke man könnte ja man könnte ja noch größer machen aber ich hab jetzt nicht mehr blöcke von außen wäre cooler ja ne ja es geht klar man muss es halt ein bisschen breiter vielleicht zu breit ich glaub ich glaub ihr checkt nicht also meine frage ist soll ich jetzt hier einfach eine 3 reinbauen und die mit 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 glas füllen ich zeig's euch einfach ich hab hier 1 2 3 ich finde das geht erstmal so klar ja das geht erstmal klar ich mach mir noch ein bisschen ärztlicher ach bitte f*** mich ah so 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 jetzt mach ich quasi zu ich bin hier am kochen ja ich bin am kochen no cap oder cap no cap also das ist jetzt nicht ultra ultra geisteskrank aber ist schon cool finde ich so chat und jetzt passt auf jetzt will ich so machen ich brauche eigentlich mehr weil das so clean stone ist chat eigentlich brauche ich clean cleanes eisen wisst ihr wie ich meine und cleane dias aber die sind übel schwer zu finden oder ich mach die komplette wand aus blackstone so chat oder ich mach so eine mischung das ist so gerade so dass ich gerade bei der null koordinaten mäßig bin bitte f*** mich nicht chat ist die falsch rum also mich mach die decke aus blackstone ach man und dann sind unten diese ärzte und weiter oben diese dings ärzte ich glaube das ist cooler oder so verlauf mäßig ärzte 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 keiner ihr wisst doch was ich meine nö hier oder Warte? So! Jetzt hier drüben noch eine 7 hin. Dann passt, ne? So ist richtig, ne? Warum nicht 97 für Eli? Ja, ist richtig gesagt. Wollt ja kein Vorschlag, ey. Warum nicht M für Mama oder so? Oh, ne? Okay. Das ist nicht so schlecht, bittesch. Oh, shit, man. Okay. 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 Got it, got it, got it, got it. Und jetzt da drüben noch eine 7 hin, oder? Dann ist richtig. Ist das geil. Okay. Blockfade oben, ja, habe ich gesehen. Ja, okay. Das heißt, ich muss nicht was da weg. Okay. 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 Ich bin zum ersten Mal ein bisschen zufrieden. Ich brauche Quarz. Oder ich weiß, was ich mache. Ich mache die Decke als indirekte Beleuchtung. Das wird's. Das heißt, ich nehme diese ganzen Blöcke. Oh, mein Gott. Okay. Ich habe den Kaffee vorgeschlagen. Ich habe den Kaffee gemacht. Das geht nicht. Das war die Kaffee. Na, oh, du kannst das alles haben. Ja, oh, ich habe den Kaffee. Ein Dier davon ab, Digga. Fick ich deinen Arsch. Ja, schön. Ah, Katos da. Sein Arsch ist bei mir im Chat gespawnt. Also. Trimax ist noch da. Was macht der? Ja, ich bin hier gerade an meiner Farm. Soll er sich entmuten, hä? Nö. Äh. Nö. Okay, und wie macht man eine 37? Nee, keine WhatsApp-Gruppe. Habt ihr eine WhatsApp-Gruppe? Ja. Ehrlich? Wie eine WhatsApp-Gruppe. Ja, eine WhatsApp-Gruppe, Bro, bitte. Was ist denn für eine WhatsApp-Gruppe? Scheiß drauf, ich kann alles nicht mehr. Ach so, eine WhatsApp-Gruppe, diese Business-Gruppe. Ja, ja. Nee. Kennt ihr nicht in Game Chat? Ah, rein, ich würde schon. Eine 7 mache ich einfach. So, oder? Wo ist Trimax? Tschüss, wie hoch hat er gebaut? 7 mache ich bis hier. Wo hat er gebaut? Äh, der hat so Dings gebaut. So eine, seine Farm halt. Die Kaktus-Farm? Ja, genau. Will er die höher als, äh, Elie haben unbedingt. Ich hab keine Ahnung, Digga. Der Mann hat auf jeden Fall eine Mission. Mhm. Imagine, ich hätte nicht diesen Mod. Hilfe. Ist das eine 7, ja. explodiert? Ja. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung, mean sie. Ich hab keine Ahnung. Aber ich habe die Mauern gesunächst bei Nico für den Beitrag. Wenn Sie zu,ですね, das wird wirklich bei Ihnen machen. Und ich weil, wie mir eine Ahnung ges 102-K обс 적Gs. Aber sie sind viele, Liqui, hier habe der Au stuffing leco. Oder cons Izzias от der Handlung Es auf 300 Perhaps. Was weiß ich schon nicht so klar, ну poner hin. Was weiß nicht so was das Diamant. Vielen Dank. Er sieht aus wie Popsmoke und das ist auch ein crazy, das ist auch ein crazy Dings, ist auch ein crazy Call, ähm, ja, ist ein guter Song, Real Talk, ernst guter Song, ich weiß gar nicht, warum ihr geschrieben habt mit, das gab mir so Kanye, Risser Part 1, No Childs, Left Behind, ich hab auch direkt danach gedacht, ne, ich hab direkt an Dings gedacht, hier. Komm mal, Null Copied, also dafür ist es nicht zu Dings, ich find's schon stark, ich find's stark, aber ich will's jetzt nicht, also Copied ist schwarzen, Copied ist crazy. Oh, yeah, 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 oh, so good, ey, 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 was geht ab? Roach in the Moach. Ähm, Max? Ja? Wie heißt noch mal dieser Song in Paris? Von Jay-Z? Ja, genau, City. Kanye West noch. Max weiß es selbst. Max? Ihr verarscht mich, ich weiß das, ich merke es, wenn ich verarscht werde. Nein, jetzt mal wirklich, der, wie heißen die, Brüder in Paris, nein. Wie da in Paris? Wie heißt das? Ich weiß auch nicht. Ach so, das wollt ihr machen. Nee, das sag ich ja nicht. Was ist das? Das ist krank. Warum magst du das nicht? Nein, ach so. Der ist ja schon älter, der Song. Ach so, ja, ich, ich komm. Magst du den? Oldschool, so, ne? Magst du den? Leave of In, doch, das war noch so, als ich auch im, ich war ja so mit 17, 18, 19, 20 jeden Tag auf dem Kiez am Wochenende. Das war Freitag und Samstag. Und da lief der Song oft. Ja. Und? Hast du mitgesungen? War das dann so in so einer Bar, wo die eine Kutte anhatte? Alter, hast du mitgesungen? Ich meine, die sind verrückt, Digga. Das ist krank. Ja, also, klar, kenne ich den Song. Das ist ganz cool. Ja. Früher immer gehört. Ja, früher immer gehört. Jetzt nicht mehr so viel. Was ist der? Der ist ja auch zehn Jahre alt. Ja. Das war unser typisches Trainingslied. Ach so, ja. Das heißt, der da trainiert? Ja, wir hatten, glaube ich, eine CD noch, so richtig Oldschool. Ich glaube, da waren zehn Lieder drauf. Und das war so das Beste davon. Ey, wie macht man eine Sieben? Brojo, kannst du mir das kurz erklären? Bruder, was soll man da erklären, Bruder? Ja, okay. Sag einfach, ich bin ein Bastard. Du hast keine Zeit für mich. Boah. Nein. Digga, aber also, was... Janne, wie soll ich das jetzt erklären? Soll ich jetzt Block für Block erklären? Wenn du die Zeit hast? Ich weiß nicht. Oder rettest du in den nächsten fünf Minuten Menschenleben. Ja, warte kurz. Ich muss kurz... Warte, ich baue kurz. Ich bin dann da. Einmal. Ich hätte noch einmal hin und her laufen. Wie macht man das? Diagonal zwei Blöcke. Das ist die schlechteste Sieben wieder aller Zeiten. Was? So eine Sieben? Ich sag's mit Zumutung. Ich möchte es nicht mehr zeigen. Scheiß auf mich. Ja, ich weiß nicht, kannst du es erklären? Also, ich weiß nicht. Ich möchte eine Sieben machen. Also, die Nummer. Ich bin auch unterwegs. Sieht mir in sich aus. Digga, wie soll man denn eine Sieben machen? Mir fehlt die komplette Vorstellung. Nein, mach eine Sieben. Hm, eine Treppe ist okay. Ist Elter noch da, Sidney? Nein. So? Hm. Was ich dachte? Ich schreibe mir, wenn er angekommen ist. Der kann jetzt schon alleine fliegen. Das ist ja mittlerweile wahnsinnig, dass der Downy kann. So schnell werden sie erwachsen. Der Downy is crazy, Digga. Der Downy is krach. Das diagonal dann gerade runter. Das diagonal dann gerade runter. Gib es auf. Du das wieder lustig findest, Wort, ne? Der Downy is crazy. Das ist ja gewalt. Los. Endlich, Sid. Ich tix nicht. Boah. Nee, ich geh nicht zu den Pannas. Ich bin da. Bruder, komm nicht hoch. Diese Sieben ist so, oder? Wo ist, wo bist du denn? Oben. Im Tower. Achso, da. Die Ender-Chess Ist das ein Sinn? Na, geh mal her, geh mal Quarz Äh, hier Oh mein Gott, hab ich sie falsch abgebaut? Oder ich mach einfach Treppen, Bruder Das kannst du auch machen, aber warte mal Ich weiß gar nicht mehr, wie mein Haus aussah, Mann Stimmt, das letzte Mal zu da warst, wurde es gesprengt, ne? Ja Hast du gerade gelacht, Isa? Nee Nee, ich war gerade brandet Ähm Och, fuck, okay Isa wurde gesprengt, auch Willst du mir sagen, das ist eine 7? Nee Ja Warte mal, die 3 hast du hinbekommen? Ja, ist ja auch nicht schwer Äh, hast du Treppen? Ich hab gestern ihre Rede gehört, ne? Welche Rede? Ja Deine Rede Und, was sagst du? Ähm, ich hab das Recht, Breitenberg anzugreifen Ja Freut mich natürlich 2-2-2 Ach, ich hab hier Quarz Okay Nein, 2-2-2 ist fatal, Chat Was labert ihr, Chat? Was soll ich essen? Gib mir mal einen Call, Chat Hm, Asiatisch Wer ist mit Ente Naja Eigentlich ein geiler Call Er ist irgendwie jeden Tag Suppe Oh, sei ehrlich, das ist krank schwer, ne? Ich hab einen Call, warte Hat hier Quarz Soll, Chat Was war das? Mal gucken, wie lange ich brauche, um das wieder zu reparieren Sagst du, Rahmen sind's, Sidney? Wärst du jetzt auch? Ja Rahmen ist cool Bruder Ja, Bruder, was soll ich denn sagen, Bruder? Machen, Bruder Gib mir ein Crafting Table Okay Ich hab hier, ich hab hier oben gehen In deinem Haus ist eins Hast du noch Quarz? Ich hab noch glatte Quarzblöcke, hätte ich jetzt hier so Ich Aber das ist halt was ganz anderes, ne? Müssten wir runtergehen, ne? Ja, geh mal her Aber das ist halt glatte Egal Ja, aber die passen ja nicht ins Bild Okay, warte Ja, ich hab grad 20 Uhr schneiden wir Ah, ist schon, scheiße Dann morgen Wie kommt man denn bei dir runter? Ähm Ja, wo wüscht? Ich komm runter, was? Ich bin unten bei dir drin Ich bin heute echt nicht vorangekommen, fällt mir auf Wie schlecht Wie bitte? Arme Mann Arme Mann, okay, Bro Okay Also richtig schlecht Oder doch, ich war Quarz da, wenn man so Hast du was? Ja, ja, ich hab alles Fisch da Fisch da, mach Fisch da, mach Fisch da, mach Okay, Isard, dann warten wir einfach hier Sag Bescheid Isard, komm, gleich, Chat Lies mich nur kurz, erstmal Was brauchen wir? Scheiße, oder? Machst du das? Profis Ja, ich bin ja Handwerker Und Also die, die da oben, die muss schon mal safe sein, Chat Ähm Weißt du was? Ich bestell mir ein Sub Was sagt ihr? Cool, Sub ist cool Thanks, thanks, mate Was will denn Isard? Okay Das war das letzte Loch Ja, okay Nein, ist Hey, Isard, safe Ist gleich wieder da Isard, bis gleich Bis gleich Sparmenü Sparmenü Ja, wir wollen das Sparmenü Getoastet Ja Digga, Mann Reicht dir das Schwanz, Digga Ich hatte noch was übrig Sehr schön Isar Isar ist wieder da Ich versuche jetzt, mich gesünder zu ernähren Echt? Ja Maschine Ist aber super schwierig Ey, Willi, ich habe eine 7 Warte, niemals Ich schau mir das an Also Reis mit Ei und Lachs und Gurkul Mit ab Nehmen bei Oh mein Gott, du hast wirklich eine 7 Ja, so halbwegs, warte Ne, es sieht noch nicht ganz aus Die untere Seite sieht ekelhaft aus Guck mal hier, das ist eine 7 Perfekt Ja, aber wenn du aus meiner Perspektive schaust Die untere Seite, also du meinst Ja, es muss noch Es muss an Bohnen ankommen Checkst du, was ich meine? Ah, es muss an Bohnen ankommen Ja Okay, kurz Thunderbabys abschlachten Ja, besser wird es nicht so, wie es Sojo gemacht hat Also das war schon Ich finde es Will jemand von euch einen Panda? Ja, ich würde einen nehmen Panda Isa? Ja Ich würde einen nehmen Sancho Sancho ist wirklich, ey, das ist so geil Er hat so alles richtig gemacht Ja Ich schwöre, da merkt man, der konzentriert sich wieder auf Fußball Und dann läuft Der mit dem Kopf, bei der Sache Fühlt sich halt wohl, man merkt das Wollen wir vielleicht in den Wegen das Call gehen? Nee Wieso seid denn die hier? Ja, wegen Rohr, Alter Aber so, Digga Machst du, Roart 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 Sidner redet mit dir, bitte Roart, warum links? Warum hier? Ja, dann lass reingehen Willi, zeig mal her Oh mein Gott, ja, ist cool Ist eigentlich wirklich cool Okay, Minecraft Ja, okay Ja, Minecraft Ja, Minecraft Ja, Minecraft Ja, sollst du schlafen gehen? Nein Alles besser Kannst du dich auch muten und so Okay, ähm Ah nee, Willi ist gar nicht da Ich verpiss mich jetzt Ich geb ihm noch seine Quarzblöcke Wenigstens hat Breitig für mich ein bisschen gefarmt Ein bisschen heul Hört ihr mich? Stinker Ja Digga, Isaac Berührt Boden wieder nicht Ich weiß Aber besser wird's nicht No cap Roart, kriegst du es hin? Wie, wie hast du es gemacht? Kann ich es irgendwie machen? Eine Treppe Ah, nee Ah, ist schwer Könnte schlafen gehen Nur einer nur? Nein Nein Geht nicht besser, ne? Jo, äh, an die ganzen Community hier, Leute Habt ihr was, äh, äh, zwecks Quarz am Start? Ähm, mein Quarz wird geklaut Okay Ich habe auch keins mehr Wie denn Quarz wird geklaut? Wird dein Quarz geklaut? Weiß ich nicht Die Chat hat gesagt, mehrt Aber ich habe halt kein Quarz mehr Das macht man nicht, ne? Ah, Mistro Sehr falsch auch Mit dein Jetsch gesagt, er kümmert sich drum jetzt Sehr falsch, finde ich Ist er ein Mod da vielleicht? Oder will den keiner teilen machen? Das sieht man dann halt auch wieder so im Charakter Ja, maybe Findest du auch irre? Okay Soll ich Musik anmachen auf leise oder nicht, Chat? Was sagt ihr? Lohre, Lohre, diese gelben Stäbe, kann ich da ein paar haben Was mache ich jetzt hier, Chat? Was, was willst du? Hm, Roat, kann ich welche von dir haben, weil ich weiß, du es ganz viele Was habe ich? Diese gelben Stäbe Achso, Lohn meinst du? Aha Ja Ich habe jetzt noch eine Lohnbescheinigung hier Ja, geh einfach Bei mir in der Crip einfach In den Kisten Die Isa weiß vielleicht nicht, was die Crip ist Hi Max Die Isa weiß vielleicht nicht unbedingt, was die Crip ist Ich muss mein Haus wieder reparieren Wo bist du denn, Roat? Ich, 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 äh, ich bin mal bei, äh, Trimax Aber ich bin jetzt auch bei mir in der Crip Ich habe Willi geholfen Das, äh, wie mache ich jetzt? Oh, kannst du aufhören, wer das ist? Das war krass Ähm, Max? Ja? Eli hat deine Kaktusfarben kaputt gemacht? Mach, mach oben, ein Block höher Wer hat wem was kaputt gemacht? Ne, Eli hat die Kaktusfarben vom Max kaputt gemacht? Ja, aber, äh, der Eli wird, äh, ja So Oh, niemals Zu halben Blöcken? Mach doch kein Ding Äh, wer pfeift denn da? Ach man nicht Ne, voll geil Oh mein Gott, Digga Wurde, das war übertrieben Nein Das war wirklich, nein Das war wirklich, nein Das war wirklich, nein Also das hat gerade Hard copy getan Oh, geht's bei euch? Geht's bei euch? Ja, ja, ja Oh, okay Sorry Leute, ja, war keine Absicht Ich brauch mehr Quarz Ja, das war wieder übertrieben Ja, tut mir leid, Leute Was ist das? Ach Ey, Widi, ich hab Kaulbide 3 aus Oh, kein Kaktus-Turm, ne? Wieso soll ich einen Kaktus-Turm bauen? Ja, was bringen wir die Level? Nix, das ist voll geil Eli hat da so einen richtig geilen Kaktus-Ding gebaut Ich hab doch schon versaubert alles Ja, aber das ist voll geil Fürs Dorf, hat er gesagt Naja, mehr was fürs Dorf Echt crazy Danke Eli für die Kaktus-Fahr Bringt die XP, Digga, das ist wirklich ein Mehrwert Ja Ja, aber nur ihn, oder? Nein, fürs ganze Dorf Hallo Echt, mach mal dritte Reihe Ja, das ist wirklich ein Mehrwert Ich muss noch meine Du kannst dich einfach hinstellen Dann ist deine Rüstung repariert, weißt du? Dritte Reihe, ein Block Eins, zwei Ich check nicht, was du willst Ah, for real? Digga, hier fehlt ja voll viel Die waren Glowstone Ich? Nö Du? Ich trade einfach Braucht keine Diamonds Was labert ihr, Chat? Ich bin reich Ich hab Ich hab 15 Diamantblöcke und 52 Diamanten In meiner Elder Chest Das ist nicht viel Wir reden Oh Ich dachte, ich rede in der D Ey, du hörst Ihr hört Max gar nicht? Denkt ihr, ich bin blöd an die anderen? Ja, Digga Ich frag mich schon den ganzen Tag Ries um den Max Ich bin die ganze Zeit im Discord Ey, warum wechselt ihr die ganze Zeit zwischen Minecraft-Chat und Discord-Chat? Wie nervig Ja, wir sind jetzt finally im Minecraft-Chat Meine Die haben die ganze Zeit mich reden hören, aber die haben dich nicht gehört, Max Die dachten, ich bin nö Ja, guck mal Keiner hat was gesagt Mit wem ich rede oder so Entschuldigung Ich dachte, du redest mit deinem Chat Boah, ich hab ernst Machst du deinem Chat? Ja Okay Ich hab ernst, holler Chat, was mach ich jetzt? Das Ding ist, ich hab heute Mittag So Kartoffeln mit Fisch bekommen, aber ich hab diesen Fisch Ich konnte den nicht essen, weil der frittiert war, Digga Deswegen hab ich heute Mittag einfach nur Kartoffeln gegessen So Keine Ahnung So 150 Gramm Kartoffeln Goldene Karotten ist auch ein guter Call Achso, das, ja das hab ich Ja, echt? Hast du was übrig? Achso, ne, mein Kissen ist ja weg Ich kann dir was geben, wie viel brauchst du denn? Ja, so viel wie es geht Digga, Trimax, warum ist deine Cam so riesig bei dir im Screen? Hier gibt's auch ganz viel unten Damit man mich sieht? Ja, aber die ist so riesig groß Also man sieht so richtig groß deinen Kopf einfach Ja, was ist denn da rechts unten? Da ist nur eine Picke, Alter Ist dein Kopf groß, Max? Ja Ich kann keine Helme tragen, Mützen, Caps, kannst alles vergessen Scheiße Ist das schade? Ja Kann man nicht ändern Ja Schicksal ist manchmal so dieser Verräter Ich gehe Ich komme zu dir, Isa, und hole mir eine Doppelkiste Netherrack ab Ich habe nicht eine Doppelkiste Viel hast du? Ich glaube so ein paar Stacks nur Ja, dann fahr mich selber, danke Aber die kannst du trotzdem schon mal haben, dann musst du weniger fahren Ja, Insta meint Eine Reihe Stacks Oder soll ich die oben machen? Eine Stacks